Nikola Teslas geheimnisvolle Erdbebenmaschine war eigentlich als Wechselstromgenerator vorgesehen. Dieser faszinierende Schwingungsgenerator wurde mit einem clever konstruierten Kolbenzylinder und einem Luftfedermechanismus angetrieben. Teslas Hoffnung war es, mit dieser Anordnung eine konstante Stromfrequenz zu erreichen. Dabei leistete das Gerät am Ende mehr als erwartet. Tesla hat behauptet, dass die Schwingungen von diesem Oszillator ein Erdbeben in New York City verursacht hätten. Ob das stimmt, wollen wir nun herausfinden. Komm mit! In den 1880er Jahren stand die Entwicklung von Wechselstromgeneratoren an der Spitze der Innovation. Zuerst erfand Nikola Tesla den Rotationsgenerator und anschließend den Hubkolbengenerator. Der Grund für die Entwicklung des Hubkolbengenerators war es, eine konstante Ausgangsfrequenz zu erreichen, auch wenn der Dampfdruck und die elektrische Last schwanken, was ein entscheidendes Merkmal bei der Stromerzeugung ist. Rotationsgeneratoren waren zu dieser Zeit nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. Das Grundprinzip der Stromerzeugung stammt vom genialen Michael Faraday, der entdeckte, dass sich eine elektromotorische Kraft entwickelt, wenn man eine Kupferspule in einem Magnetfeld hin- und herbewegt. Wenn sich der Stromkreis schließt, beginnt der Strom in die Spule zu fließen. Nikola Tesla ersetzte die Dauermagnete durch einen Elektromagneten und konstruierte so seinen elektrischen Generator. Jetzt brauchen wir einen Mechanismus, der eine Hin- und Herbewegung für die Induktionsspulen erzeugt. Und was wäre da besser als eine hin- und herbewegende Dampfmaschine? Dazu wickelt man die Kupferspulen einfach auf das Ende der Kolbenstange und voilà! Sehen wir uns jetzt an, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Ein Kessel sorgt für den Dampf, der eine hohe Temperatur und einen hohen Druck hat. Das Schieberventil sorgt dafür, dass der Hochdruckdampf mal von oben und mal von unten auf den Kolben wirkt. Diese Variation sorgt dafür, dass der Kolben eine oszillierende Bewegung macht und das Schwungrad sorgt für eine gleichmäßige Leistungsabgabe der Maschine. Nikola Tesla war mit diesem komplizierten Mechanismus der Dampfmaschine allerdings nicht zufrieden und entwickelte daher einen leichteren Mechanismus. Zunächst ersetzte er das Schieberventil, indem er den Kolben so veränderte, dass er als Ventil fungierte. Der Kolben hat zwei L-förmige, hohle Kanäle, die auf beiden Seiten mit dem Zylinder verbunden sind. In dieser Stellung greift nur der linke Dampfeinlass des Zylinders in den linken Kanal des Kolbens ein. Der Hochdruckdampf tritt also in das obere Volumen des Zylinders ein und drückt den Kolben nach unten. Sobald der Kolben dann den unteren Anschlag erreicht, geschieht genau das Gegenteil. Um den Dampf des vorherigen Hubs abzulassen, fügte Tesla zwei Rohre auf jeder Seite hinzu. Was für ein genialer und einfacher Mechanismus, um aus Hochdruckdampf eine hin- und hergehende Bewegung zu erzeugen. Dabei gilt natürlich, je höher der Dampfdruck, desto höher die Geschwindigkeit der Maschine. Tesla wollte, dass sein Gerät unabhängig vom Eingangsdampfdruck eine konstante Ausgangsdrehzahl erzeugt. Dies hat Tesla angeblich erreicht, indem er einfach ein Luftfedersystem, bestehend aus einem Kolben und einem luftdichten Zylinder, direkt am Motor anbrachte. Schauen wir uns die Funktionsweise dieser Luftfeder einmal an, um seine Behauptung nachzuweisen. Wenn man den Kolben verschiebt, wird die Luft auf der einen Seite wie eine Feder zusammengedrückt und widersteht damit der Bewegung des Kolbens. Diese Anordnung ähnelt dem Masse-Feder-System. Hier ein kleiner begrifflicher Hinweis. Unabhängig von der anfänglichen Auslenkung schwingt das Masse-Feder-System immer mit einer konstanten Frequenz, der sogenannten Eigenfrequenz. Wenn wir das Masse-Feder-System an einen Motor anschließen, schwingt es mit der Frequenz des Motors. Das nennt man eine erzwungene Schwingung. Nikola Tesla hat behauptet, dass sein Gerät immer noch mit der Eigenfrequenz des Luftfedersystems gearbeitet hat, als er seinen oszillierenden Motor an die Luftfeder anschloss. Allerdings erscheint seine Behauptung seltsam, denn sie steht genau im Gegensatz zur gängigen Physik. Wenn wir uns jedoch die wirkende Kraft auf den Kolben ansehen, macht es Sinn. Die Kraft ist nicht kontinuierlich, sondern stoßweise, wie hier gezeigt. Im Motor wird der Hochdruckdampf nach einer kurzen Zeitspanne abgeschaltet. Das bedeutet, dass zu Beginn eines Hubs eine plötzliche Kraft auftritt und am Ende des Hubs wieder in die entgegengesetzte Richtung geht. Bei erzwungenen Schwingungen, wie zum Beispiel beim Elektromotor-Federsystem, wirkt die Kraft kontinuierlich auf die Feder. Kurz gesagt, Teslas Oszillator-Luft-Feder-Anordnung ist nicht unbedingt ein Fall von erzwungener Schwingung. Die beste Analogie zum besseren Verständnis von Nikola Teslas Maschine ist ein einfaches Pendel. In einem idealen Fall ohne Reibung schwingt ein Pendel nach dem Anstoßen für immer mit seiner Eigenfrequenz. Angenommen, man vergrößert nun den Winkel der anfänglichen Auslenkung. Die Geschwindigkeit und die Amplitude des Pendels nehmen zu, während der Zeitraum konstant bleibt. Nehmen wir nun an, Tesla gibt der Kugel jedes Mal einen kleinen Stoß, wenn die Kugel das äußerste Ende erreicht. Was geschieht dann? Bleibt die Zeitspanne gleich? Wenn Tesla am Ende einen zusätzlichen Stoß gibt, verleiht er der Kugel eine Anfangsgeschwindigkeit, was einem Fallenlassen einer Kugel aus einem höheren Winkel gleichkommt. Wir wissen bereits, dass sich die Zeitspanne nicht ändert, wenn man das Pendel in einem größeren Winkel loslässt. Auch im Falle des kleinen Stoßes am äußeren Ende bleibt die Zeitdauer gleich, aber die Amplitude der Schwingung nimmt weiter zu. Genau die gleiche Art von Kräften wirkt auch auf den Tesla-Oszillator, nämlich Kräfte von geringer Dauer an den äußersten Enden. Das heißt, selbst wenn man den Dampfdruck des Tesla-Oszillators erhöht, nimmt die Amplitude zu, aber der Zeitraum und die Frequenz der Schwingung bleiben konstant. Tesla hat beobachtet, dass dieser Effekt für einen weiten Bereich des Dampfdrucks gilt. Hurra! Nikola Tesla hat eine Maschine entwickelt, die mit einer konstanten Frequenz läuft, unabhängig vom ankommenden Dampfdruck. Kurz gesagt, er hat sein erstes Ziel erreicht. Interessanterweise fungiert das Luftfedersystem auch als Schwungrad, das Energie in Form von Wärme nach Bedarf speichert und abgibt. Hier kann man sehen, dass Tesla den Dampf zuerst um den beheizten Luftfederzylinder geleitet hat, bevor er an den Motor ging, um die Wärme zu entziehen. Aber da ist noch nicht Schluss. Nikola Teslas zweites Ziel war eine konstante Ausgangsfrequenz, auch wenn er einen Generator und eine elektrische Last an die Maschine anschloss. Wenn der Ausgangskreis des Generators offen ist, fließt kein Strom durch die Ausgangsspulen und der schwingende Teil des Generators hat keinen elektromagnetischen Widerstand. Wenn der Stromkreis jedoch geschlossen ist, wirkt der fließende Strom der oszillierenden Bewegung magnetisch entgegen und die Frequenz der Maschine fällt plötzlich. Diese entgegengesetzte Kraft wird als Ankerreaktion bezeichnet. Hier kann man sehen, dass die Ausgangs-EMK und der Strom nicht in derselben Phase sind. Je größer der Winkel zwischen diesen beiden Größen, desto größer die Reaktionskraft. Wegen der Induktivität in der Spule hängt der induzierte Strom der EMK hinterher. Um also sein zweites Ziel zu erreichen, führte Tesla variable Kondensatoren in die Schaltung ein. Dadurch setzte er den Phasendifferenzwinkel auf Null. Unter dieser Bedingung ist die Ankerreaktionskraft und die Auswirkungen auf die Frequenz des Gerätes nur minimal. In seinem Patent behauptete Tesla, dass diese Methode die Auswirkung des elektrischen Systems auf der mechanischen Seite auf Null reduziere. Dabei ist es eigentlich unmöglich, sie auf Null zu bringen. Er machte sie einfach minimal. Somit konnte Tesla sein zweites Ziel leider nicht erreichen. Nun zurück zum Hauptthema. Tesla hat behauptet, dass sein Gerät ein siebenstöckiges Gebäude wie bei einem Erdbeben zum Beben brachte. Nun, kann ein dampfkraftbetriebenes Gerät große Gebäude zum Beben bringen? Um Nikola Teslas Behauptungen zu analysieren, müssen wir das Konzept der Resonanz verstehen und wissen, wie sich Schallwellen bewegen. Schallwellen sind Druckschwankungen, die sich wie folgt ausbreiten. Angenommen, es befindet sich ein Glasfenster in der Nähe der Schallquelle. Wenn die erste Schallwelle auftrifft, vibriert das Glas mit einer Eigenfrequenz. Doch was passiert, wenn die zweite Schallwelle auf das Glas trifft, wenn es gerade erst seine Ausgangsposition zurückerlangt hat? Die Amplitude der Glasschwingung nimmt doch weiter zu, oder? Hier stimmt die Frequenz des Schalls mit der Eigenfrequenz des Glases überein, ein Zustand, der als Resonanz bekannt ist. Letztendlich wird das Glas aufgrund der hohen Amplitude zerbrechen. Das ist die Magie der Resonanz. Wenn also die Schwingungsfrequenz von Teslas Oszillator mit der Eigenschwingungsfrequenz des siebenstöckigen Laborgebäudes übereinstimmt, könnte ein Erdbeben entstehen. Wir haben ein paar Eigenschwingungsfrequenzen von Gebäuden recherchiert, darunter auch Teslas Gebäude. Die liegen grob geschätzt bei 1,42 Hertz. Der Oszillator von Tesla war jedoch ursprünglich mit einer Frequenz von 60 Hertz vorgesehen. Später machte er das Gerät dann einstellbar. Hätte Tesla also mit seinem Gerät eine Frequenz von 1,42 Hertz erreicht, hätte dies offensichtlich zu Resonanz und schließlich zu einem Erdbeben geführt. Leider hat Teslas Oszillator als Elektrogenerator ausgedient. Stattdessen wird er nun in der Telegrafie verwendet. So schön die Maschine auch ist, Wechselstromgeneratoren, die von Tesla selbst erfundenen elektrischen Drehstromgeneratoren, sind weniger komplex und zuverlässiger. Nur Nikola Tesla konnte mit sich selbst konkurrieren. Bevor du gehst, vergiss nicht, ein Mitglied des Lessex-Teams zu werden. Vielen Dank!